Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es eine neue Folge Fall Guys und mal sehen ob wir heute die Krone schrieben. Die Wippen, renne und balanciere über Reihen von Wippen und überquere die Ziellinie. Falls ihr euch übrigens fragt warum ich heute so krass drauf bin und immer die Krone hole, ihr müsst euch irren. Ich bin nämlich immer noch scheiße, weil ich es direkt nach der letzten Folge aufnehme und zack. Ich bin erst okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ihr seid so fett und schwer. Nein, jetzt, oh Gott, was macht ihr? Ich war so gut dran. Ihr fetten Kinder, esst mal weniger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aua, das hat weh getan. Was bist du denn für ein Verräter? So, zack. Bin ich schon weiter, oder ist das... Oh nein. Los, mach doch mal. Da oben steht doch niemand. Achso, ja, das... Äh... Okay, 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 ja, ja, ja. So, zack, schnell. Warum sind es eigentlich nur 9,30? Ich dachte, es qualifizieren sich immer 41 oder so. Oh nein. Nein! Wieso stehst du denn nicht auf? Du... Ich weiß gar nicht, was bin ich eigentlich? Bin ich ein Schleim, oder was bin ich... Oh Gott, wie dumm. Also, ganz im Ernst. Wenn diese ganzen dicken Kinder hier das Gleichgewicht nicht immer stören würden und ich nicht so inkompetent wäre, dann würde ich das... Ich glaube, ich bin gerade der Letzte. Nein, jetzt bin ich der Vorletzte. Ha, ich bin doch nicht so loserhaft. Wie alle sagen... Zack, zack, zack. Rüber! Hä? Die wollen mich doch komplett verarschen. Wie seid ihr schon im Ziel? Ach, die schummeln doch locker. Blatt... Och nein! Nö, ich lösche den Part. Das lösche ich aus der Folge raus. Wie... Dämlich kann man sich eigentlich anstellen? Es wäre noch viel trauriger, wenn ich jetzt noch ins Ziel kommen würde und mich qualifizieren würde. So. Ja, endlich! Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Nein. Ich werde sowas von verlieren. Los! Ja! Ja! Nein! Nein, 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 nein! 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 Bitte! Halt mich nicht fest! Was? Als ob! Als ob! Ich renne als letzter ins Ziel! Qualifiziert! Tja, Maschine! Runde beendet! Ach, ach, wir sind so abgehoben, ihr Loser! Verpisst euch! Ach, sieht das hier viel schöner aus. Oh, super! Ja, ich bin eine Maschine, ne? Der Fratz unten rechts. Sexy sieht der aus. Schleimkraxler! Ach, das kenne ich. Da bin ich letztes Mal rausgeflogt. Das war nicht schön. Aber diesmal machen wir das fertig. Diesmal machen wir die anderen fertig. Und die Donuts, da nehme ich mir diesmal einen mit. Weil so schwer war das gar nicht. Oh nein, wahrscheinlich muss ich ganz hinten sein. Okay, aber... Ich bin im Sprinten viel besser. Oh, da ist so ein... Oh, da ist ein Hotdog! Und zwei Pommes. Autsch! Autsch! Was drängt ihr mich alle zur Seite? Nein! Nein, 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 nein! So! Ja, durchgerannt. Sehr gut. Ich habe gehört, hier soll es noch Abkürzungen geben. Aber ich weiß nicht, was man hier genau abkürzen kann. Deswegen... Oh nein, ich warte noch lieber. So! Hä? Ach komm, das kann doch nicht sein! Jetzt! Jetzt! Nein! Ach, Mann! Hä? Ich komme nicht hoch! Moment, hier... Nein! Nein! Ach, komm! Ich scheide jedes Mal an derselben Stelle aus! Nur wegen diesen dicken Kindern, die mich die ganze Zeit zur Seite schieben. Ohne Witz, Alter! Ja, du hast deinen Spaß und ich ärgere mich hier ab. Schwindelnde Höhen. Okay, das... Das kriege ich hin. Das ist super. Und der Dino, der sieht auch süß aus. Allgemein, die Leute, die... Die schleimst oder was ist hier rum... Äh, sch... Äh, äh, ich kann nicht reden. Die Leute, die hier rumspringen, die sind auch zuckersüß. Und die Hordogs sind zum Anbeißen. Außer... Ach, der Typ hin. Die Tauben, die sind eigentlich am schrecklichsten, habe ich mir sagen lassen. So. Zack. Und los. Danke. Oh, Abkürzung. Los. Los, ja. Los. Nein. So. Zack. Super. Okay, die rennen alle rechts... Äh, links lang. Nein. Oh nein, oh nein, oh nein. So. Ausweichmanöver. Ja, komm, schnell. Oh nein. Eine Taube ist hinter mir. Kein gutes Zeichen. So. Ach, komm schon. Ja, komm, booste mich. Booste mich. Nein. Nein, doch nicht nach hinten. Okay. Und zack. Einer. Okay, ja. Komm, das schaffe ich doch noch locker. Oh nein, 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 nein. Das habe ich beim letzten Mal schon verkackt. Ein zweites Mal mache ich das nicht. Steh auf. Bitte lasst mich durch. Ich will doch auch nur ins Ziel. Nein. Ach komm, wie blöd bin ich eigentlich? Runde beendet. Ach, ihr seid eh scheiße. Ich gehe lieber meinen eigenen Weg. Ich werde YouTuber. Ciao. E-Sport-Fall-Geist-Profi. Ach, ihr Loser. Tschüss. Ist das eigentlich immer so oder freut ihr sich, dass der verloren hat? Und mich nur abfacken will. Ja, ich glaube eher das Zweite. Und los geht's. Ach nein, dieser fette Wolf. Mach mal Platz. So. Oh, Alter. Wie die alle über mich rennen. Das tut doch weh. Habt ihr keine Gefühle? So, drüber. Oh, was ist das denn für ein freshes Einhorn? Mit dir will ich auch. Nein. Bleib hier. Ja, ich will dich haben. Was sind da? Och, komm schon. Das kann doch nicht sein. Jetzt steh auf, du Memme. Mach doch die Tür auf. Hallo. Klingelingeling. Aua. Was ist denn da? Endlich. Wieso macht der denn diese Kacktür nicht auf? Los. Auf mit dir. Oh nein. 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 Heute ist einfach nur ein Pechtag. Okay. Das war's mit dem Video. Lasst die Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, montags, mittwochs und freitags ist 15 Uhr. Auf meinem Kanal gibt's ein brandneues Video. Haut rein. Und ciao, Leute. Bis dahin.